Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann uns Sicherheit vermitteln. Zugehörigkeiten sind dabei nicht naturgegeben, sondern wir können aktiv dazu beitragen, an welche Gruppen wir unsere Zugehörigkeit binden wollen. Welche sozialen Gruppen sind es, denen du dich zugehörig fühlst? Erinnerst du dich an eine Situation, in der Zugehörigkeit wichtig für dich wurde? Was ist in dieser Situation passiert? Gleichzeitig kann es aber auch Konstellationen geben, in denen wir zu Gruppen zugehörig gezählt werden, denen wir gar nicht angehören möchten. Welche Zugehörigkeiten sind es, die du gerne ablegen würdest? Hast du eine Fantasie, was dich daran hindert?